Die Pianisten sind meistens unzufrieden, weil sie sagen, könnte dies noch ein bisschen besser spielen und man hätte das noch anders machen können. Soll der Ton so machen oder soll der Ton so machen? Ich würde gerne beides. Es gibt Pianisten, die achten unglaublich auf eine Gleichmäßigkeit des Instrumentes. Das ist die große Schwierigkeit, da muss man ständig dran sein. Das ist faszinierend. Oh, wie staubend. Wenn er sagt, das ist wunderbar, frage ich. Dann kann ich mich warm anziehen. Eine Frage. Tut mir leid, die dreht euch. So, ich spiele jetzt. Ich habe einen ganz schrecklichen Traum gehabt und habe geträumt, dass eine Seite gerissen ist. Ich habe einen ganz schrecklichen Traum gehabt. Ich habe einen ganz schrecklichen Traum gehabt.